Ist das die Landung? Ist das die Landung? Nein! 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 Oh mein Gott, ist das heftig. Yo, was geht Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch unbedingt die neue Waffe zeigen. Das Infinity Blade, beziehungsweise Infinity Schwert, gibt es hier oben bei Polar Peak zu finden. Leute, ich schwöre euch, das Ding ist so krank. Und außerdem gibt es ein bisschen von dem neuen Modus, den vielleicht einige von euch schon kennen. Close Combats, beziehungsweise hautnah auf Deutsch. Einfach nur Shotguns und Jetpacks. Ein sehr schöner Modus. Vor allen Dingen, wenn ihr Probleme habt mit Baufights, dann kann ich euch nur empfehlen, diesen Modus sehr viel zu spielen. Weil ihr darauf angewiesen seid zu bauen. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge, Leute. Wie ihr jetzt schon seht, kommen hier alle mit hin. Alle wollen zu diesem verdammten Schwert. Und ich bin definitiv nicht der Erste. Das Krasse ist, in dem Modus ist das Schwert noch um einiges stärker. Weil man 200 HP und 200 Schild hat. Und da unten gönnt er es sich. Guckt euch das an. Ach du Scheiße. Nein, er wird dabei getötet oder was? Oh mein Gott. Los, mach sie weg. Das Krasse ist... Nein, er hat die Shotgun. Hör auf, nicht auf mich. Ich filme dich. Ich will dich doch nur aufnehmen. Hör auf. Jeder, der dieses Schwert besitzt, hat 200 HP und 200 Schild. Alter. Krasse Scheiße. Oh, da ist es. Ist es unser? Nein, wir werden beschossen. Oh mein Gott. Nein. Guckt euch mal an, wie viele da hingehen. Das ist einfach das neue Tilted Towers. Das ist schlimmer als Tilted Towers, Leute. Das könnte die Landung sein, Leute. Nein. 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 Es war eine Sekunde. Du Arsch. Was? Was? Es ist so geil. Leute, zieht euch das rein. Der geht ja richtig ab. Wenn die Leute keine Waffen haben, keine Chance. Alle tot. Er hat immer noch 400 HP. Oh mein Gott. Ist das heftig. Er macht alles kaputt. Jetzt ist einer mit der Waffe da. Mit der Shotgun. Keine Chance. Er kriegt... Hat er gerade Leben dazugekriegt? Und der nächste Tod. Jetzt kommen Flugzeuge auch noch angeflogen. Ach so, wie heftig. Da ist sein nächstes Opfer. Und RIP. Okay. Ich muss dieses Ding haben, Leute. Auf geht's in die nächste Runde. Wo ist denn der Typ mit dem Schwert? Seht ihr ihn? Lol, das Schwert liegt da einfach, oder was? Da ist es. Hä? Hä? Ich hab's. Oh mein Gott. Ich hab's, Leute. Das dürfte mir keinen Schaden geben, oder? Okay. Ganz wichtig. Wir müssen erstmal abhauen. Wir dürfen uns nicht von den Flugzeugen erwischen lassen, weil... Die machen uns locker weg. Wir brauchen keine Angst haben, dass uns irgendwer aus der Distanz tötet. Ja, Junge. Kann ich bauen mit dem Ding in der Hand? Kann ich tatsächlich. Und ich krieg Schild dafür, dass ich Leute töte. Okay. Ist gut zu wissen. Sieht man mich auf der Map? Das wär auch mal interessant zu wissen. So war's damals bei dem Thanos-Modus, ja? Auch wenn die nichts miteinander zu tun haben, könnte ich mir das schon vorstellen, dass sie das einbauen. Boah, man fühlt sich so mächtig mit dem Ding in der Hand. Das ist so geil. Ich find das echt gut, dass sie das eingeführt haben. Das ist zwar mal wieder eine neue Waffe, was einige Leute nicht so feiern. Aber man muss halt auch einfach mal ganz realistisch sagen, dass es die halt nur einmal auf der ganzen Map gibt, ne? Man muss nochmal gucken, wie das im normalen Modus aussieht. Ob das vielleicht ein bisschen zu stark ist. Aber jetzt für den Close-Combat-Modus hier ist es ja relativ egal. Okay. Das Einzige, wovor ich Angst habe, sind die blöden Flugzeuge. Und dass ich keine Gegner hören kann. Gerade tatsächlich, muss ich einfach mal zugeben. Und ich seh auch keine. Hm. Ich könnte halt da hinten zurückgehen, aber da waren mir fast zu viele Leute. Und da vermuten halt alle das Schwert. Und wir wollen ja ein bisschen rumprobieren, ne? Aber hier mal als Beispiel. Das ist doch... Das macht alles kaputt. Also, ich hab das Gefühl, das ist viel zu OP für den normalen Modus. Also, in Solos und Duos wird das OP sein. Stellt euch vor, ihr baut gerade mit irgendjemandem, macht einen Baufight. Und auf einmal kommt hier jemand mit dem Schwert an und rasiert euch komplett weg. Ich merke gerade, man kriegt über Zeit Schild und HP wahrscheinlich auch. Ich hab das gar nicht durch den Kill bekommen, oder? Vielleicht auch durch den Kill, aber auf jeden Fall über Zeit. Ja, da oben sind Gegner. Auf geht's. Ich kann zwar auch bauen, aber ich kann nichts abbauen, oder? Kann ich... Ich kann auch nicht auf die Spitzhacke wechseln. Aber ich krieg Holz, wenn ich... Oh, lol. Das ist natürlich insane. Oh, ich muss weg, Leute. Boah, die machen viel zu viel Schaden an mir. Die Ballons sind ein bisschen nervig. Ich versuche da jetzt nochmal hinzugehen. Mit den Ballons ist es schwierig, die zu treffen. Ich hoffe, der Typ hat jetzt keine Ballons mehr. Und auch keinen Grappler. 200 HP sollten noch ausreichen für einen Gegner. Ich spiele ein bisschen vorsichtig, weil ich die Runde echt gerne gewinnen will. Da ist er wieder mit seinem Ballon. Egal, den machen wir jetzt weg. Ich weiß halt nicht, ab wann er uns hört. Okay. Er hört uns relativ früh. Okay. Okay, ich muss weg. Problem ist halt... Aua. Dass er mit dem Ballon, wenn ich ihn hoch schlage, dann fliegt er einfach. Scheiße, da oben ist ein Flugzeug. Also wisst ihr, was ich meine? Er kann ja schweben. Und sobald ich ihn mit dem Schwert in die Luft schlage, dann schwebt er einfach. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wir müssen ja auch noch lernen, mit dem Schwert umzugehen, ne? Ist ja jetzt auch nicht so leicht. Aber ich bin so gehypt. Fortnite macht momentan so viele coole Sachen. Wie findet ihr das Schwert? Was denkt ihr darüber? Und habt ihr selber schon gespielt? Falls ja, habt ihr irgendwelche Tipps. Ich werde heute Abend übrigens auch Livestream ab 18.30 spätestens auf twitch.tv slash nie raus. Falls ihr darauf Bock habt. Mein Gott. Er hat mich... Nein! Ja, wir gucken ihm noch zu. Nein, er... Er hat's überlebt! Oh mein Gott, wir gucken ihm noch zu. Wie er die Runde beendet. Und ob das Schwert am Ende gewinnt. Das ist natürlich auch interessant zu wissen. Er muss es jetzt natürlich auch noch lernen. Aber ich vertraue ihm da. Schließlich hat er uns getötet. Das heißt, er muss verdammt guter Spieler sein, Kappa. Hallo. Ich hab gesagt, du bist gut. Hör auf, runterzufallen. Das mit dem Rechtsklick hat er, glaube ich, noch nicht so ganz rausgefunden. Oh, Junge. Hallo! Hör auf, dich zu benehmen, als wärst du der schlechteste Spieler überhaupt. Ist ja peinlich hier. Vor den Zuschauern. Du kannst das nicht weglegen. Musst mit der Maus in die Luft gucken, wenn du Rechtsklick drückst. Okay, ich dachte, ich war scheiße mit dem Ding, ne? Aber der Typ ist ja hundertmal schlechter damit. Und er springt in den Sturm. Die Frage ist, wird das überleben? Ja, müsste er. Springen! Oh, lol. Ab in den Riss von dem Typen. Ich wünsche mir so sehr, dass das Schwert gewinnt. Aber es wird hundertprozentig ein Schwert oder ein Flugzeug gewinnen. Ich weiß auch nicht mehr, ob man die Flugzeuge in dem Modus hier anlassen sollte. Wenn alle nur Shotguns haben und du am Ende mit deinem Flugzeug da oben rumfliegst, hast du doch safe gewonnen, oder? Das Heftige ist, dass der Modus auch noch zu deinen Stats dazu zählt. Das heißt, wenn man irgendwie ganz viele Wins und so sammeln will, ist der Modus einfach perfekt mit den Flugzeugen. Einfach mit den Flugzeugen jede Runde gewinnen. Und schon. Habt ihr eure Stats verbessert? Er heilt sich langsam wieder, was gut ist. Aber ein bisschen schade, dass er mit dem Schwert jetzt hier so ein bisschen rumkämmt. Also ich bin auch weggelaufen, aber ich habe mich nicht eingebaut. Also Thiel Rager oder wie du heißt. Schwache Leistung. Schwache, schwache Leistung. Was machst du denn da? Warum hast du einen Grappler? Da liegt das Schwert. Der Typ ist so durch einfach nur. Hör auf, das Schwert zur Seite zu legen, bitte. Was sollte das jetzt? Oh Leute, das ist viel besser dem Typen zuzugucken, als selber zu spielen. Und da kommt das Flugzeug, oder? Ja. Ripp an dieser Stelle, würde ich mal behaupten. Oh, da oben ist auch noch ein anderer bei ihm. Ah, jetzt verbünden sie sich gegen ihn. Spring doch weg! Hier, diese Taktik hat er übrigens beim Summer Skirmish gesehen. Und da ist er tot. Alter, ey. Okay. Marino, ich glaube an dich. Ja, was? Jetpack mit Schwert geht? Ich habe nichts gesagt, Leute. Scheiße auf die Flugzeuge. Jetpack mit Schwert. Das ist die Meta. Alter, die Leute geiern alle auf das Schwert. Aber krass, dass das immer noch im Spiel ist. Das ist unser Schwert, Leute. Ich dachte irgendwie, dass es vielleicht im Sturm verloren geht, oder so. Aber jetzt vertraue ich dem Marinos da. Er macht das. Und auch er hockt sich wieder in das Gebäude rein. Flugzeug mit Schwert? Ist das möglich? Na, nicht, wenn man es runterfallen lässt. Oh, da kommt jemand hochgebaut. Was macht er denn jetzt? Kannst du auch einmal nicht links klick drücken. Hallo? Hör auf, links klick zu drücken. Und der Typ checkt auch gar nichts. Da ist der nächste tot. Eins gegen eins. Mach ihn weg. Los, Marinos. Ich glaube, drück rechts klick. Marinos. Was? Was? Wie kacke kann man sein? Oh mein Gott. Leute, ich glaube, das reicht als erster Eindruck vom Schwert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr Bock habt. Und was ihr gerne auch immer wieder machen dürft, ist im Itemshop hier unten rechts drauf drücken. Unterstütze einen Creator und nie raus eintragen. Würde mich sehr freuen. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen und ciao.